Nach einer sehr langen Pause geht's jetzt weiter bei Let's Play Yoshi's Wo die Welt mit Level 4, 6. Albtraum aus Spukstoff. Ja, ganz toll. Leide. Ja. Vor drei Monaten kam der letzte Part. Ich wollte es nämlich auch abbrechen, aber dann habe ich mir vor zwei Tagen gedacht, warum habe ich es eigentlich abgebrochen? Ich war ab jetzt schon so... Ich habe es ja schon so lange durchgezogen. Da kann ich es nicht einfach abbrechen. Und wenn ich schon in Welt 4 bin, will ich das auch weiterführen. Und what the fuck ist das für ein Level? Ach du Scheiße. Ja gut, jetzt habe ich auch schon sehr lange keinen Yoshi mehr gespielt, ne? Kann man die Schallgeist fressen? Ja. Das ist ein Geistoffektiv. Lell. Wie geil das gemacht ist. Okay, Herzen. Nein, die sind auch mal eingesperrt. Nein. Nein. Gib her. Gott sei Dank. Okay, wir haben 15 Herzen, so wie es aussieht. Oh, jetzt gibt es noch nicht mal einen Boden. Jetzt gibt es da keinen Boden mehr. Alles mitnehmen. Runter. Ja, ja, überleb, 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 überleb. Sehr gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da unten auch was ist. Was? Oh, ne, da geht es nicht rein. Flamme und Feuer. Hallo, Flamme und Feuer. Komm, verpässt dich. Komm, du auffliegen. Ich habe noch kein geheimnisvolles Ding. Das macht mir gerade Angst. Und die Musiker ist ja auch nicht mehr ganz bare. Aber holen wir uns ja schon mal ein paar, ja? Damit wir auf jeden Fall gut equipped sind. Dann hier fliegen und dann da fliegen und dann weinen und dann da hoch irgendwie kommen. Okay. Ne Wolle. Perfekt. Aber wir hatten immer noch keine Blume. Fuck. Da ist ne Blume. Die erste. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, springen wir ins Fliegen, Fliegen, Fliegen. Dankeschön. Da ist nichts mehr. Dann weiter. Ich schätze mal, dass jetzt ein Checkpoint kommt. Wenn ich nicht allzu blöd bin. Ja. Heißt, dass wir schon mal die Herzen haben. Wenn wir jetzt aufpassen, könnte das auch was werden, ne? Genau. Okay, nur ein Stempel, schade. Boah. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal ne Blume, die zweite. Perfekt. Okay, läuft, Leute, läuft. Okay. Rüber. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Aber es waren eh nicht die einzigen Herzen. Okay, es war knapp. Da ist ein Seil. Haha. Sag mir nicht, das ist nur ein Stempel. Gar kein Stempel! Was bringt das dann? Frau und Flamme muss ich verpissen. Okay, das ist auch ein Seil, aber das geht hoch und runter. Alles klar. Grabben wir uns und hoch, hoch, hoch. Und was haben wir jetzt hier? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Alles klar, die dritte Wolle, das passt immer noch perfekt. Aber ich würde mal gucken, ob es dann noch Herzen gibt. Aber da gibt es glaubt nix mehr. Nee. Hey. Fuck. 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 Der bleibt automatisch hängen, ne? Ich hab mir so'n Feuer und Flamme-Ding. Okay. Oh lol. Haha. Das war geil. Warum ist das Grün? Ach, das kann man schwimmen. Ach so. Darum ist was. Nicht? Das ist eine Tür, wo man dann rauskommt. Finde ich jetzt gar nicht gut eigentlich. Nee, nee, nee. Wir bleiben hier hinten. Aber das Level ist richtig geil. Ne coole Idee mit der Spurwolle. Dass dann so plötzlich, ähm, Gegenstände auftauchen. Und die Gegner sich verwandeln. Das ist lustig. Das ist ein Seil. Genau. Und da ist natürlich, oh Gott. Danke für'n Stempel. Ach du Scheiße. Da ist der Boden. Hahaha. Okay. Okay, 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 okay. Hab ich gecheckt. Ach, Yoshi hat Angst. Deswegen ist er so süß. Ach du Scheiße. Bleiben wir hier. Jetzt bleiben wir hier hoffentlich. Hoffentlich. Komm schon. Und wie perfekt das ist. Zack. Zack. Okay, nicht schlimm, aber das ist eine Tür. Okay, wo führt ihr uns hin? In ein Hindernisraum. Mit Spurwolle. Ach fuck. Direkt verschissen. Yoshi Angst hat. Guck mal, wie süß der ist. Armes Baby, Yoshi. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Oh nein. Okay, hab alles. Aber es ist auch das erste Geisterhaus für Yoshi, was jetzt bewältigen muss. Ich wie Harry Potter. Eindeutig. Okay, gut, da war... Was war da? Blume? Wart mal. Okay, perfekt ist ausgeglichen. Okay. Ein Schlüssel. Okay. Würde. Da. Tschüssli. Fuck. Ah ne, ich hab den Schlüssel noch. Leute, das war jetzt lustig. Aber jetzt haben wir es geschafft. Gott sei Dank, jetzt können wir weiter. Jetzt haben wir aber einen Schlüssel. Der ganz schön schwer war zu holen. Ich hab irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Hallo. Was ist da jetzt hinter? Äh. Ach, wahrscheinlich wurde man bei der ohne Schlüssel zurückgesetzt. Oh, das war knapp. Oh, fuck. Okay. Knapp. Fuck. Gib alle. Sehr gut. Fuck. Fuck. Lass da wolle. Lass da wolle. Habe ich was verpasst? Nee. Boah, Junge, Leute, ist das übel. Zack, jetzt geht man hier rein. Zack. Nein. Oh. Nein. Ich bin auch hier. Okay. Warum aktiviert er das nicht? Wie soll ich denn da hochkommen? Okay. Ich habe keinen Schall mehr. Ja, gut. Ich habe auf jeden Fall Stemmel verpasst. Scheiße. Scheiße. Kacke. Ja, da hätte ich hoch müssen. ja habe ich ja es ist wenigstens perfekt doch ich wenigstens etwas gut leute ich schneide euch schneide ich euch dann raus weiter oben war die blume und das ist das ziel da war die blume warte bock auf bonus spiel ach ja ziehen wir es durch warum auch immer ich das abgebrochen habe fragt mich nicht aber leute ich darf sie zusammen machen aber für euch wird sehr rausgeschnitten aber erst mal gucken welchen joshi wir freigeschaltet haben schau mal schau mal geistig oder so nee kein geist und schluss nach die ja genau und nächstes level und baum ok leider dann nehme ich gleich mal oder gewahr hier wieder rein da gibt es schon mal kein stempel da war ein stempel alles klar und da war der andere perfekt wir haben es 100 prozent das geil ist ja ich habe den trick anstecker dass man nicht abschutzen kann weil wenn er dann konnte ich das ganze level skippen das hat sich echt gelohnt ne ich habe schon 17 minuten aufnahme aber jetzt geht es weiter mit 47 rauf und runter und kreuz und quer ja scheiße ich habe jetzt schon angst schau mal ach du scheiße ach du scheiße ich weiß es gott perfekt halt das ding geht es auf was mich dann nein mama schau mal hier geht es ja weiter ne ich will nicht weiß ich für die blume da unten was ne ich will fressen danke perfekt ach so ich weiß es auch immer ich fress das ding also ich auch immer 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 freist ist ja natürlich nur ein stempel war noch nicht ja genau so nach perfekt aber es ist glaube ich glaube lang nein das will ich nicht nein nein das will ich nicht nein nein das will ich nicht man da drauf ich brauche ja nein ich wusste okay das war es wirklich lag das war es wirklich lag zack wolle und noch keine blume und für stempel erst auch du scheiße um gottes willen wir werden ihn nie alles wir machen alles nicht gleich gewusst also weiter aber da gibt es ja nicht mal blumen oder oder stecker oder genau stecker du scheiße das ist ja auch da drüben auch okay immer erst gucken immer schlau gestecken passt perfekt ja zurück ich will schon wieder mitnehmen runter warten 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 jetzt nein doch nein ja nein hallo scheiße es nicht mehr hoch nein ich muss warten kommen 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 ich weiß aber gar nicht was ich kommentieren sollen bei sondern der wäsche schwierig natürlich nur ein stempel das war dumm verdammt eben nein unter jetzt jetzt war dieser dreck eine minüt 37 sekunden später was hat nicht ich wusste ja wenn die stempel ziehen zwar nicht so gut aus weil ich irgendwie bei keiner perle einen stempel krieg habe ich so langsam das gefühl links und rechts gibt es auch nichts dann gehen wir weiter und hoffen auf den checkpoint wollen habe ich gehen wir mal nach rechts der bockt sich sogar an dem shy guy an ach du was dann kann man nicht rein okay da unten war es ne ich bin der blume hallo spätisch blume blume Nein Ich fahre jetzt nicht nochmal runter Nein Was Nein Nein Als ob Das gibt es nicht Als ob ich das Wasser auch unterhaut Leute Leute Ist dieses Level assi Ist dieses Level assi Alter Nee Ich komme da nicht drauf Klar Aber ich habe so 100% Scheiß auf das Bonus Level Yes Alter 6 und 3 Mann Deswegen habe ich das Spiel haben gebrochen Weil die Parts immer vor 10 Minuten lang sind Egal Schneide alles raus Gut 100% Und jetzt Ist ein Bonus Spiel So Das wäre aber Irgendwie Skippen wir an Ja Leute Wenn es euch gefallen Lasst dann auf jeden Fall ein Like da Wenn es euch gefallen Lasst dann auf jeden Fall ein Like da Lasst dann auf jeden Fall auch ein Like da Äh Kommentiert abonniert für mehr Videos Ja Ich kann das hier gerade Dann sehen wir uns mal wieder bei Yoshi Yoshi Schwuchtelwirt Genau Haut rein Na kurz gucken welchen Yoshi wir freigeschaltet haben Kugel Yoshi alter So Und dann Wir sehen uns im nächsten Video wieder Gratis Okay Für den Boss natürlich Ne Wir haben freigeschaltet Leoparden Yoshi Digga Erkennt's nicht Das ganze Level handelt von Natur und Blumen und Piranias und was kommt raus Ne Leoparden Yoshi Ich bin Gott froh dass das Level ohne Triggernstecker Geschafft hat 200% Na Junge Am nächsten Part Geht's ans Beschluss Hart rein Ich hoffe ihr seid gespannt Artie Gamer Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss